Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge Minecraft Sketchen und ab auf den Server, ja. Mit dem Master Gaming übrigens wieder. Guten Tag. Und er steht neben mir. Wie sieht es mit unseren Karotten aus? Ich sehe es gerade nicht. Ja, ich auch nicht. Nicht gewachsen, heißt hier ist niemand im Chunk. Okay. Oder seit den letzten Aufnahmezeit noch keiner mehr hier online. Ja, Null Strikes. So. Noch nichts gewachsen. So, Klinger, du kommst jetzt mal mit. Wohin? Okay. Oh man, wir werden jetzt sterben. Behindert. So, wir gehen da jetzt runter. Okay. Geh ins Wasser rein, komm. Ich will Wasser einmal nämlich mitgenommen. Ich wurde runtergeschossen? Ja, stirbst du nicht, komm mit. Wieso wurde ich eigentlich runtergeschossen? Komm mit. Ja, ja, ich bin auch noch im Wasser. So, ich werde jetzt nämlich ein bisschen Obsidian fahren. Du musst aufpassen, dass hier niemand kommt. Ich will aber nicht da rein. So, ich brauche vier Obsidian. Da gehst du auch jetzt nicht rein, wo ich bin. Ja, ich, hier die Wasserstimmung hat mich da reingetrieben. Ja, okay. Die Obsidian brauche ich. Okay. Hast du die komplette Höhle schon erforscht? Ja. Nein. Hier ist ein Thumbay. Noch ein fehlt mir und dann brauchen wir nur noch einen Diamanten. Wir werden heute auf Diamantensuche gehen. Warte. Und dann werde ich das Wasser mitnehmen und dann eine unendliche Wasserquelle. Okay, nice. Äh, wir müssen aber auch noch einiges gucken, dass wir Zuckerrohr oder hast du Zuckerrohr? Nein. So. Ich glaube, vier Obsidian heißt vor allem Stiers. Ja, ich gucke hier gerade bei dem Redstone nach. Du musst halt immer Cordy sagen. Ich muss halt sagen, welche Höhe wir sind. Elf. Also wir sind richtig schon mal. So. Leu, ich habe noch eine Schlucht. Ja, die da hinten. Der war ja schon. Nee, hier oben. Da ist der Name. Warte. Ja, ich war bei der hier schon. Hier? Ja, aber der müsste schon gewesen sein. Ich hätte vielleicht mal Gamma hochstellen sollen. Sicher, dass du hier schon gewesen bist? Ja, ich glaube schon. Bauen wir die kurze Krülle ab. Wir brauchen Fackeln am besten. Ja, ich habe genügend, aber ich hatte gerade keine Sticks. Ich mache mir ganz kurz Fackeln. Ja, das ist auch kurz mal Fackeln. Ich glaube nicht, dass du hier schon gewesen bist. Ich weiß, ich war noch in der zweiten Schlucht drin. Ja, das weiß ich auch, aber ich weiß nicht, ob du hier in der warst. Ja, das ist ja gar keine richtige Schlucht. Hier war ich ganz kurz mal drin. Hab da, äh, Dings nur abgebaut. Guck, da ist noch eine. Schau hier. Lol. Na, wir haben ja noch keine Dias oder so. Das ist halt das. Heiß ich. Warte, warte, warte mal. So, bitte, welche Höhe bei der Obsidian ist. Äh, elf. Bei der Obsidian. Ja. Hier ist ein Creeper runtergefallen gerade. Ja, jetzt habe ich runtergeschlagen. Wo? Ah ja, ich sehe ihn. Ich bin hier oben. Hab ihn, ist tot. Ich zeige, dass mein Core ist einfach mal. Oh, Endermänner. Also genau hier, wo ich gerade farme, ist elf. Oh, kacke. Ich habe glaube ich den Endermann geschlagen. Ne, doch nicht. Oh, fuck. Ich habe gegen Endermänner. Schreib mir jetzt nicht weg. Ich höre ihn so fucking laut, alter. Oh, das war nur ein Zoom. Ich dachte, jetzt ist der Endermann-Kraft an. Ich habe kein Essen dabei, gell? Nur überhaupt ein Flash. Schlaues Büschchen. Oh doch, ich habe vier Karotten. Fast. Soll ich mich mit dem Endermann anlegen? Hm, naja, wenn du es willst. Schlagen aber auf die Füße. Guck ihn nicht an, schlag ihn auf die Füße. Dann greift er dich nicht wirklich an. Doch, greift er an, aber... Er ist tot. Leide keine Ender-Perle, ja. Aber die rastet doch gerade richtig aus. Oh, hier müssen einfach... Nein, hier müssen aber Dias sein, alter. So gut, wie es hier aussieht, hier können nur Dias sein irgendwo. Mr. Gaming bewertet die Umgebung, ob da Dias sein. Nice. Hier müssen welche sein. Spiel das einfach. Mach das aber dann irgendwie weg. Ja, auf Höhe 12 bin ich. Hier können auch schon Dias sein. Machst du denn irgendwie weg oder fliehen wir irgendwann? Ja, aber du, äh, mach das Look-At auch weg. Das ist ja auch die... Ganz unten, äh, bei F3, steht Look-At. Das musst du auch ausblenden mit deiner Facecam. Warum Look-At? Ach so. Wegen, das zeigt den Block an, wo du hinschossierkortest. Bin wir in der Schlucht, aber hier kommen, wo wir vor waren. Okay. Ich glaube, hier geht's hoch, oder? Denker? Ja. Wo bist du? Ich bin hier irgendwo bei der Schlucht. Ey, aber wir brauchen einfach jetzt Dias. Das ist jetzt wissen das Problem. Gold? Ja, ich tue dich hier einfach das Chip rein. Ja, ich bin schon drüber. Das ist ja das. Okay, meine Fresse. Redstone? Warte, da bist du kein Gerichtstätig. Gehen wir jetzt hier nicht durch den Creeper in die Luft? Spielen wir eigentlich auf hart? Ich weiß es gar nicht. Nee. Ich denke nicht. So, ich geh jetzt kurz das Chip rein. Noch mehr Gold? Ich kann immer zwei Platz lassen, ganz wohl dessen. Ich habe jetzt insgesamt 19 Gold. Ich habe gerade eben dabei Wölf. Ey, ey, die Folge ist schon wieder gleich vorbei, gell? Das geht so fucking schnell und wir haben keine Diamanten. Ich habe einfach nichts Produktives in der Folge gemacht. Wir müssen jetzt einfach noch Diamanten finden. Müssen wir einfach. Müssen wir einfach. Wir müssen einfach welche finden. Richtig schlimm. Ach, Mann ey, ey, kacke. Das ist ja an sich jetzt kacke, dass wir keine finden gerade. Aber wir hatten ja schon mal Diamantenglück. Aber die anderen haben, glaube ich, mehr Glück gehabt. Laut Aufnahme-Konfi. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Mhm. Äh, hier bin ich nochmal in der Höhle. Wann werden wir gekickt? Nächst. Verdammt. Fünf Minuten haben wir noch. Ja. Sind ja auch gerade noch welche drauf. Ich habe Lapis noch gefunden. Okay, auch gut. Das sind der Spieler. Und wahrscheinlich greifen wir jetzt mit voll verzaubert an. In der zweiten Folge. Wo die erst aufnehmen. Aber es ist interessant, dass noch keiner gestorben ist. Ja. Hier ist so viel Stuff einfach. Ich habe 18 Level. Ey, hier ist ein riesiger Lava. Hier müssen die ja sein. Okay. Und das gibt's doch nicht. Und das gibt's doch nicht. Hier muss doch einfach irgendwas sein. Theoretisch. Ey, hier ist so viel Lava. Alter. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist so viel Lava. Das ist sehr. Ich habe nur noch einen Flash. Ich will am Ende der Feuer wirklich noch Diamanten finden. Wie lange haben wir noch? Drei Minuten? Ey. 23 Gold, Alter. Ja, ich habe auch 19. Ich glaube, ich habe jetzt zurückgefunden. Müsste da hochgehen. Dann gehen wir jetzt zurück. Dann gehen wir jetzt zurück hoch. Wir tun... Warnung, schmelzen. Alle, ein Tier. Wir brauchen ein Scheiß-Dier. Und dann Zuckerrohr. Stimmt. Und Leder ja auch noch. Leder haben wir aber. Leder. Ich habe jeden Fall ein Leder. Zwei Herzen. Warum? Ich bin nur runtergefallen. Oh Mann. Runtergeschossen? Ne, ich bin von unserer Base ganz unten gefallen. Hätte Emotiv Worte machen können, aber... Ja gut. Wenn du jetzt da durchgestorben wirst. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe aber noch geblockt. Wahrscheinlich habe ich das sogar noch überlebt. Die Pfeile habe ich. Oh, ich habe noch ein Pfeile. Ich boh mich lieber hoch. Wasser ist ein bisschen... Alter, ich bin hier in so einer fucking Stelle, ey. Komm, Diamanten. Eine Minute. Ja, ich komme raus. Da hinten. Äh, ich habe mich hier falsch hoch gebaut. Dass du es weißt. Ja, wir sind da oben. Ja. 50 Sekunden. Ach, da ist ein Skelett. Ich habe Skelett gefunden. Das uns vor und runter geschossen hat. Das ist so, das kann, was ich gerade mache. Hier bei unserer Base. Okay. Glaube ich. Ja, auf der anderen Seite sind wir hier. 14 Sekunden. Ich glaube, ich bin auch bei unserer Base. Jo, bin ich. 8. Ja, fuck. Und ich habe es gekickt. Und ich warte noch. 3, 2, 1. Und gekickt. Perfekt. Gut, dann war es das für die dritte Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der vierten Folge. Ciao. Ja. Tschüss. Alter.